ja hallo und ein herzliches willkommen zu einer neuen ausgabe von kann ich so lassen seiten talk ich freue mich heute begrüßen zu dürfen olga casimova von solitec solitec ist ein solarmodul hersteller ein europäischer liebe olga vielen dank für deinen besuch ich freue mich dass wir dich heute begrüßen dürfen hallo guten tag vielen dank mario für diese einladung ich freue mich dich zu sehen und wirklich werde beantworten alle deine fragen und wie wir in litauern sagen so was bedeutet let's go ja let's go packen wir es an auf österreichisch wie schon gesagt solitec ein solarmodul hersteller ein europäischer erzähl uns doch etwas mehr über solitec über dein unternehmen ja gerne so solitec ist ein europäisches familienunternehmen mit sitz in vilnius litauern wir produzieren seit elf jahren glas solarmodule und wir waren eine der ersten in der welt die mit glas anfingen so deshalb haben wir die produktion voll entwickelt und wir wissen welchen materialien wir wählen müssen für die besten produkten ja übrigens was uns besonders auszeichnet ist dass wir das einzige unternehmen mit einem cradle to cradle gold zertifikat sind ja natürlich das zeigte ganz klar unser starkes bekenntnis zur nachhaltigkeit und was ich persönlich auch sehr schätze hier im solitec ist dass uns umbildschutz besonders am herzen liegt so deshalb setzen wir in unserer produktion nur auf grüne energie wunderbar schön zu hören cradle to cradle anforderungen zur nachhaltigkeit diese anforderungen werden immer wichtiger aber nicht nur was diese zertifikate betrifft macht es solitec einzigartig ihr habt auch ganz viele andere usps ihr habt ganz viele andere vorteile erzähl uns doch etwas mehr darüber naja wir haben viele verschiedene vorteile und natürlich wenn es um die besten hersteller von solarmodulen geht dann eine ausgezeichnete option natürlich solitec und es ist nicht deshalb ich arbeite für solitec also viele verschiedene gründe dafür wir produzieren in europa ja was nicht nur kurze lieferzeiten sondern auch hohe qualitätsstandards garantiert und wie viele firmen sagen dass sie solarmodulen in europa herstellen ja aber in wirklichkeit machen sie nur diese design und bringen natürlich europäische aufkleber an ähm natürlich das können wir auch machen design europäische aufkleber aber ähm wir wirklich produzieren alles hier in europa nicht nur aufkleber ähm wir planen auch äh nächstes jahr eine fabrik zur herstellung von solarmodulen in italien zu eröffnen ja so ähm dann wir haben ein produkt ja auf das wir stolz sind ist unser rahmenlösungsmodul was besonders daran es ist auf 10.500 pascal zertifiziert das entspricht etwa zehn meter schneehöhe oder dem gewicht eines elefanten ja außerdem hält es hagel in der größe eines golf ball stand und das bedeutet dass dieses modul unter allen werte bedingungen installiert werden kann auch in ländern wie österreich deutschland und vielen anderen ländern ja dann ein weiterer vorteil unserer module ist dass sie eine über kopf zu lassen und vom deutschen institut für bautechnik haben und äh natürlich die perfekte lösung für carports fassaden terrassen sind ja und das beste ist dass wir diese module in verschiedenen varianten anbieten mit rahmen ohne rahmen transparent ganz schwarz so das heißt wir können die wünsche jedes kunden und jedes projekt erfüllen ja ich kann so viel über diese vorteile sprechen ja aber ich glaube dann werden wir eine nächste treffen noch mal vorbereiten von den vorteilen wie höhere hagel klassen und höhere schneelasten möchte ich bei den solitec modulen noch ganz kurz auf höhere leistungs klassen eingehen holger lange erwartet 435 watt nun in der pipeline bei solitec erzähl uns darüber etwas ja gerne so alles ist richtig wir haben diese neue module mit der höhere leistung von 435 watt hergestellt und wir haben diese solarmodul in verschiedenen optionen auch rahmenlose ohne rahmen ganz schwarz transparent auch ja insgesamt wir haben unser produktionsverfahren aktualisiert und die leistung aller unserer module auf 435 watt erhöht und außerdem bitten wir auf alle neuen module eine 30 jährige garantie an so dieses modul ist eines der am meisten wirklich erwarteten produkten unserer partner weltweit glaube ich auch es ist effizienter und langlebig natürlich wie alle unsere produkte und dieses solarmodul bietet eine 30 jährige garantie produkt garantie und auch eine erwartete lebensdauer von bis zu 50 jahren und was besonders bemerkenswert ist dieses modul vereint alle vorteile und verfügt aus erdem über die brandschutzklasse a ganz viele spannende entwicklungen und produkte die solitec im portfolio hat wir könnten hier noch viel länger sprechen olga vielen dank für deine zeit vielen dank für die ausführung meiner fragen schön dass du heute die zeit genommen hast vielen dank mario vielen dank für diese anladung für das angenehme und produktive gespräch und ich freue mich schon auf unsere nächsten treffen war ich mich auch und ich freue mich auf auf ein wiedersehen mit allen zuschauern auf wiedersehen wiedersehen ja 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 ja